Urdhva-Badha-Hastasurya-Yantrasana ist die Sonnenurstellung mit den Händen gefaltet von oben um das Bein. Vom Sitzen her hebst du ein Bein ganz hoch und dann gibst du das Bein in den Arm und faltest die Hände hinter dem Kopf. Das ist Urdhva-Badha-Hastasurya-Yantrasana, eine Übung zur Entwicklung der vorwärtsbeugenden Flexibilität bei gleichzeitiger Öffnung von Bauch, Brust und Kehle und damit von Herz- und Kehlchakra.